Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Osiris Nudorn. Meine Damen und Herren, werte Zuschauer und die, die sonst noch dazu eingeschaltet haben und hier vielleicht neu auf dem Kanal sind. Ja, wollt ihr nichts in Zukunft verpassen, empfehle ich euch gerne ein Abonnement abzuschließen natürlich. Na, das ist für euch kostenlos. Und ja. Ja, und natürlich, so verpasst ihr dann nichts mehr. Aber gerne auch die Glocke aktivieren und dann seht ihr, wenn wieder was hier erscheint. Ja, heute geht es hier mal live zu. Das heißt, ich spiele mal nicht eine ganze Zeit lang und schneide es dann zusammen, sondern wir werden das heute mal in der normalen Fassung machen. Warum? Weil ich heute ein bisschen vorbereitet habe und ich sehe schon mit dieser, bekomme ich immer dieses komische Fleisch, was ich eigentlich nicht will. Ähm, denn ich weiß noch nicht genau. Höre ich hier was? Ne. Gut, okay, das war ich selber. Ähm, ich weiß nämlich nicht genau, wo ich dieses, äh, Fleisch verwerten kann. Ich vermute mal hier dieses Krabbenmeet, dass ich das irgendwo, äh, wahrscheinlich im Habitat an der Küche machen kann, aufbereiten kann. Das ist meine Vermutung. Und das werden wir halt irgendwann mal testen, wenn wir die Küche eingebaut haben. Heute steht hauptsächlich, äh, Bauarbeiten hier am Habitat an. Das heißt, wir werden, ähm, verlängern, erweitern, vergrößern, etc., etc. So, und das würde ich gerne mal hier, äh, wegmachen. So. Ne, halt, wollte ich nicht. Nein, das war der falsche Knopf. Habe ich geh gedrückt. Ich wollte das doch wegmachen. Ei, 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 ei. Na gut. Äh, jetzt kommen wir natürlich hier mitten. Ja, muss ich mal schauen. Wird's gleich... Hm. Hm. Okay. Ich werd's gleich nochmal aktivieren. Aber, wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind, dann wollen wir natürlich auch in unserem richtigen Bettchen schlafen. Ähm, ja, das ist immer so eine Sache mit diesen, äh, ne, mit diesen sechs Stunden, weil das sind keine sechs Stunden auf dieser Uhr. Also, wir haben von 0 bis 10.54 Uhr ungefähr geht der Tag. Aber es ist übrigens eine sehr schöne Nachtanimation. Aber es ist wirklich so, hm, ich weiß nicht, dass diese sechs Stunden hier, ja, wir haben jetzt gerade Mitternacht. Und ich denke mal, wir werden gleich fertig sein. Auf der Uhr sind's vier. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das hier mit den Zeiten zusammenhängt. Wir gehen auf alle Fälle mal hier raus und bestimmt haben wir wieder ein neues Tierchen hier vorne. Werden wir gleich mal schauen, ob wir wieder was wegräumen müssen. Ich geh mal wieder in die andere Perspektive. Die ist mir immer ein bisschen lieber, weil ich da einfach mehr sehe. Die Ich-Perspektive ist auch nicht schlecht, wer es mag. Kann man ab und zu mal mit reinnehmen. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber hin wie her. Okay, wir haben es kurz nach vier. Es ist natürlich schon hell. Ungefähr kurz nach drei wird es ein bisschen hell. Und das ist natürlich klasse. So, jetzt würde ich erstmal ganz kurz ins Inventar schauen. Da haben wir natürlich jetzt hier ein bisschen Zeug drin. Das ist aber kein Problem. Was sagen unsere Werte? Ich glaube, wir können was essen. Und dann essen wir noch was. Und dann trinken wir noch was. Und schon sieht das relativ ganz gut aus. Also, unsere Gesundheit, unser Anzug ist in Ordnung. Unsere Lampe ist aufgeladen. Und wir haben natürlich hier wieder ein paar Punkte. Nun würde ich sagen, ich würde mal was in die Gesundheit investieren. Na, wir können übrigens dann nochmal schauen. Müssen wir nochmal nachjustieren. Ja, aber das können wir dann mit dem Essen vielleicht später machen. Auf alle Fälle eine schöne Sache. Und ich wollte das gerne eigentlich hier abbauen. Hallo? Abbauen? Abbauen ist nicht. Doch, jetzt. Ja, das wollte ich eigentlich. Da hatte ich nicht richtig ausgewählt. Aber, naja, das kann ja mal alles passieren irgendwie. So. Pack ab. Machen wir doch. Pack mal zusammen den Laden hier. Und dann würde ich das mal für den Moment hier umstellen. Solange wir unser Haupthabitat noch nicht fertig haben. Ja, wir machen heute eine gemütliche Baurunde. Ähm, ich muss bloß mal schauen. Da müssen wir auf die zwei gehen. Zwei. Strukturen. Und dann bauen wir das einfach hier nochmal hin. Na. Und dann werde ich das mal mit der Taste hier ein bisschen modifizieren. So. Wie sieht es aus, wenn ich ein Stück zurückgehe? Ja. Können wir machen. Drücken wir F. Und dann haben wir hier unser Häuschen. Ne? Sieht ein bisschen besser aus. Dann würde ich sagen, ich gehe mal in die Perspektive. Machen wir mal hier F für den Resborn-Punkt. Und wenn wir natürlich schlafen, tun wir natürlich unsere Gesundheit auch ein bisschen aufwerten. Ist ja auch eine nette Sache. Gut. Ich wechsle nochmal den Punkt jetzt. So. Ich werde mal hier unten das Essen, das Überschüssige reintun. Ähm. Das kann ich nicht reintun. Dann werden wir mal... Die Haut kann man auch nicht reintun. Wir können gar nichts tun. Warte mal. Wir haben hier, glaube ich, hier oben was. Genau. Da können wir das auf alle Fälle zurückwerfen. Das lassen wir mal an der Person. Und ich würde mal sagen, wir tun einfach mal das Fleisch hier umwandeln, soweit es geht. Und dann machen wir noch zwei kleine Happen. Und schon ist das alles. Tutti Paletti. Ja, wie gesagt, ich habe hier vorbereitet. Mh. Ich nehme es erst mal an mich. Und dann werden wir mal schauen, wie wir es machen. Ne? Ich habe das kleine Solarpanel. Ich wollte natürlich gerne auch etwas Größeres. Wir haben hier... Wir schauen uns das nochmal innen an. Ich habe hier links eine Luftschleuse und rechts eine oder eine Verbindung. Sagen wir mal eher Verbindung, nicht Luftschleuse. Und da werden wir jetzt auf alle Fälle was ankoppeln. Mein Plan wäre gewesen, oder ist, und das werden wir auch so machen, dass ich hier Strukturen... Hier kommt das Gewächshaus ran. Hier kommt auf alle Fälle das Gewächshaus jetzt ran. Müssen wir mal ein bisschen, so dass es passt. Jawohl. Ich denke, das ist gut so. Und so würde ich es einfach mal setzen. Und das ist sogar schon komplett fertig. Das ist natürlich absolut ideal. Da haben wir nämlich keine Nachkosten für das Biom zum Nachrüsten. Und das ist schon mal nicht unbedingt schlecht. Ne? Licht haben wir auch. Ja, müssen wir bloß mal schauen. Ich vermute mal, wir müssen, oder wir werden auf alle Fälle hier ein anderes Solarpanel draufsetzen. Weil das wird nicht ganz reichen für unsere Bedürfnisse. Aber das ist auch nicht das Problem. Was ich jetzt als nächstes machen würde, wäre ein zweites Habitat. Und da gehen wir aber dann schon wieder in die Kosten. Denn das wird mit Sicherheit nicht fertig werden. Von diesen würde ich jetzt erst mal... Ach so, ich habe ja noch die ganzen... Die ganzen Hallways habe ich ja auch gebaut. Ich habe ja drei Stück gebaut. Jetzt muss ich mal gucken, wie das aussieht. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Dann verschwenden wir auch keinen Platz. Sonst würde es bis hierher gehen. Dann hätten wir hier eine engere Zufahrt. Ne, gefällt mir. Da weiß ich noch nicht, was wir dann hier mit dem Platz anfangen. Aber wir werden auf alle Fälle was finden. Vielleicht kommt da, ja, Buhre oder irgendwas hin. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben uns gerade ein bisschen verausgabt. Und es ist auch schon wieder bombastisches Wetter hier am Anflug. Nun weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir... Hier ist ein Hallway bauen. Wenn wir das Hallway hier hinbauen, geht das bis hierher. Dann kommt hier das zweite Habitat. Dann, ja, dann ein Hallway hier hinter. Oder wenn wir keinen Hallway bauen, dann ist es das zweite hier. Und wir könnten das dann hier rüber bauen. Weiß ich aber nicht, ob das mit der Höhe passt. Das geht uns jetzt ungefähr bis zur Hüfte. Ja, wir steigen natürlich jetzt auch auf. Ich denke, dass das hier ein bisschen im Weg ist. Ich muss mir das mal ganz kurz überlegen. Hier das Habitat. Wenn wir die Verlängerung machen, wäre das Habitat ungefähr hier. Und dann könnten wir hier rüber die Verbindung machen. Aber hier spawnen eben die Tierchen, ne? Das ist alles... Diese Kuhle ist ein bisschen blöd hier. Das muss man mal so direkt sagen. Und wenn wir die Baracken hier hinter machen, ist die Erde zu hoch. Ja, nochmal ganz kurz anders überlegt. Wenn ich die Baracken hier dran mache, dann haben wir die Baracken hier. Wenn ich das nochmal wegnehme und hier ein Hallway dran mache oder ein zweites Dings-und-dann-des-Gewächshaus, wäre das auch eine geile Sache, oder? Weil an die Baracken können wir leider nichts dran machen. Das ist eine Einbahnstraße, eine Endstation. Da ist leider nicht viel möglich. Also jetzt mal überlegt. Wenn wir hier die Baracken dran machen, hätten wir das super gelöst, das Problem. Und könnten dann hier ringsherum Geschütze oder irgendwas aufstellen, was wir brauchen. Wenn wir das hier drüben machen, könnten wir jetzt das zweite Habitat hier dran machen. Und hier drüben dann das Biom zum Essen. Ja, und in diesen könnten wir natürlich dann diverse, noch einen zweiten oder dritten Stock drauf machen für diverse Sachen. Schränke, Lager, was auch immer wir brauchen. Und ich glaube, das finde ich gerade eine gute Idee. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir alle Ressourcen zurück? Es sollte ja so sein. Weißt du was? Euer Schuh? Ja, wir probieren es. Und ich hoffe, dass es passt. Ich habe mir das natürlich alles ausgemessen bzw. vorbereitet. Ich werde das jetzt mal... Boah, was fehlt denn jetzt? Ein Lithium. Ein Lithium, ist das richtig? Ja. Okay, sollte alles zurückgekommen sein. Aber warum fehlt denn jetzt das? Weißt du was? Ich mache jetzt erstmal das hier drüben. Aber das ist schon wieder, wo ich sage, ich habe alles, glaube ich, vorbereitet. Gut, egal. Ich baue jetzt das hier dran. Die Baracken kommen jetzt hier dran. Super, dann haben wir irgendwann mal was zum Schlafen, Wohnen, Arbeiten, Sonstiges. Warum können wir das jetzt nicht bauen? Was fehlt denn? Sieben Gummi und drei Kupfer. Das haben wir doch bestimmt. Ich weiß bloß nicht, warum das fehlt. Das brauche ich für was anderes. Kupfer. Waren das drei Kupfer? Weiß es nicht mehr. Sieben Gummi. So, wie dazu. Hier haben wir nochmal zwei. Hier haben wir nochmal zwei. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich muss mal gucken, wo ich das mache. Dann war es hier. Nee, dann war es hier bestimmt, oder? Dann war es an der Werkbank. Wir werden es schon finden. So. War es auch nicht. Hier. Sehr gut. So, dann fehlen mir noch fünf Gummi. Fünf Gummi, das heißt, ich brauche Hydrogen und Lonze the Light. Lonze the Light. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und im Buggy habe ich jetzt noch ein bisschen was drin an. Nee, ich wollte mal hier ins Lager. Äh, das sind fünf. Und das sind dann zehn. Dann sollte das funktionieren. So, gehen wir mal rein. Ja, und dann ist es das. So, dann machen wir das hier wieder. Ich drücke mal F. Entschuldigung. Na gut, dann ist das so. Das machen wir mal zurück. Und das kann auch zurück. Verstehe aber gerade gar nicht. Habe ich bei dem Abbau jetzt, äh, das ist manchmal so ein bisschen putzig, dass ich dort beim Abbau jetzt was verloren habe. Aber das Lithium hat mal auch eins wiederbekommen. Naja, das ist manchmal irgendwie seltsam. So, ich habe ein bisschen mehr Plastik gemacht. Da haben wir, äh, Gubi, da haben wir gleich. Entschuldigung, da haben wir gleich was übrig. Und dann sollte das jetzt passen. Gut, also wir gehen hier rein auf Strukturen. Ich werde jetzt hier eins angliedern. Und danach werde ich das Biodom setzen. Nein. Oh, du machst mich alle. Hast gezuckt. Ja, ihr merkt auch schon, das neue Tool ist wirklich eine super Sache, ne? Also, da kannst du nicht meckern. So, vier Metall, zwölf Gummi. Oh, wow. Ich glaube, wir haben wieder, wir haben wieder eingebüßt. Also, wie gesagt, im Normalen kriegt man ja alles zurück. Kann das sein, dass man eben, im, äh, also im Leichten kriegt man alles zurück. Kann man das sein, dass man im Normalen ein bisschen was einbüßt? Wie sind da eure Erfahrungen? So, jetzt. Da habe ich das Bild auch. Ich werde gleich wahnsinnig hier. Doralumin. Ach, zum Mag. Ich glaube, ich spinne. Warte mal. Also, das ist, das ist überhaupt nicht prickelnd. Ich habe auch wirklich alles vorbereitet und das tut mich gerade ein bisschen ärgern. Das lasse ich mal hier vorrätig. Was brauche ich jetzt noch? Jetzt muss ich noch mal gucken. War alles umsonst, weil ich hier 15 Mal ab und hin baue. Also, wir brauchen Duralumin. Wir brauchen ZAMAC. Ach, ZAMAC, zwei Duralumin. ZAMAC haben wir zwei. Duralumin haben wir gar nichts. So, dann klicke ich mal hier drauf. Duralumin. Brauchen wir zwei Magnesium. Zwei Kupfer und zwei Oh, was war's? Zwei Molybden. Zwei Magnesium. Zwei Kupfer. Molybden. Zwei Kupfer. Zwei Magnesium. So, ich hoffe, das passt jetzt. So, haben wir. Und ich brauche noch ZAMAC. Das heißt, ich brauche noch mal Magnesium und Zink. Ja, ja. So ist es halt. Mhm. Ist das wirklich unser ganzes Magnesium? Boah, dann ist das gleich wieder enge. Ja, dann wird es mir die Wände wohl nichts werden. Mhm. 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 So, jetzt aber. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Das ist... Es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Mensch, ich habe das vorbereitet. Das ist so ärgerlich. So was ärgert mich dann wirklich. Eins brauche ich noch. Ich mache jetzt zwei. Das ist mir jetzt egal. So. So, übrigens. Falls wir mal etwas zerlegen müssen. Können wir nämlich auch mal hier noch ein paar Punkte verteilen. Und da müssen wir... Ihr seht es, wir haben wahnsinnig viel. Wir werden wir gleich mal machen. Hier bei der Metallurgie auf alle Fälle. Da können wir nämlich solche Barren wieder zurück in die Originalteile zerlegen. Und das ist wirklich eine geile Sache. So, ansonsten würde ich natürlich hier gerne unsere Haltbarkeit der hergestellten Werkzeuge erhöhen. Dann gehen wir natürlich hier rüber. Dann verbessern wir den Boost für unser Antriebssystem, für unser Hover. Ja, die Strukturen reparieren. Ja, Crafting Speed machen wir mal. Hover Duration. Hover Duration. Also, die Flugdauer des Jetpacks hinten auf dem Rücken. Was haben wir hier? Loot Amount. Das ist nicht schlecht. Das machen wir mal. Wie viel haben wir denn noch? Wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Repair Struktur 15%. Und nochmal Loot Amount 10%. Da haben wir hier noch eins übrig. Ja, und dann sind wir hier eigentlich durch. Dann können wir hier mal schauen. Da können wir die Melee Weapons... Die Haltbarkeit wird gesenkt. So sehe ich das zumindest. Also sprich für Waffen, Schnitt und Stichwerkzeuge. So sehe ich das. Dann der Schaden wird erhöht. Das ist Projektilschaden. Nochmal Projektilschaden. Dann nochmal für Schneid- und Stichwerkzeuge. Geht gerade nicht. Wie viele haben wir denn noch? Sechs Stück. Ja, da geht glaube ich jetzt erstmal nichts mehr. Gut, und dann gehen wir hier rüber zum Engineering. Ist das Engineering? Ne, das ist hier... Doch, ne. Science, Forschung. Würde ich sagen, wir machen mal... Was machen wir mal? Machen wir mal hier drüben weiter. Und zwar bei der Geschwindigkeit. Bei der Bewegungsgeschwindigkeit. Dann machen wir mal hier die Solarpanel. Den Output höher. Den Frucht beim Wachsen, dass da mehr Ertrag dabei rumkommt. Und die Pflanzen Wachsgeschwindigkeit. Also die Wachsgeschwindigkeit, mit der die Pflanzen heranwachsen. Und dann haben wir schon mal dort alles. Dann haben wir nur noch wenig übrig. Und dann haben wir das auch gleich mal erledigt. So, ich glaube wir hatten jetzt das alles hier eingenommen. Ja. Haben wir schon wieder vielleicht. Ne, dann mache ich das noch. So, wunderbar. Okay. Jetzt schauen wir mal. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe das vorbereitet und dann es ist manchmal ist es halt wie es ist. In Zukunft wäre ich das ich hätte es nicht abreißen sollen. Ich hätte es einfach reparieren sollen. Das wäre glaube ich jetzt der bessere Weg gewesen. Aber ich wollte mich ja eigentlich auch nicht verdrücken. Aber so ist es halt manchmal. So, einmal drücken, zweimal drücken gedrückt halten. Wahnsinn. Es funktioniert. die kann ich ja nicht aufrichten. Die muss ich ja weg machen. Gibt es Aluminium und Schrott. Dann ist das so. Gut, das ist das Zweite. Jetzt müssen wir natürlich hier glaube ich die Sachen setzen. Ja, und da geht es schon wieder mit Zermack los. Tolle Sache. So, gut. Okay. Das hier hinten läuft, das haben wir. Hier ist jetzt das und wie gesagt, hier würde ich jetzt sehr gerne eigentlich das Biodom dran setzen. Und Biodom, das ist hier könnte es mir ein bisschen knapp werden. Ich würde es dann vielleicht eher hier machen. So, das heißt, ich setze den mal und dann fehlt mir schon wieder ein kleines Zermackchen. So, Magnesium, Zink, Kupfer, Wahnsinn. Ja, ich glaube dann werden wir das jetzt alle machen. Hm. Haben wir wirklich nichts mehr, ne? Krasse Sache. Ja, okay. So, ich probiere das mal, ob wir das hier schön hinbekommen. Dann haben wir das auch und ich versuche mal hier jetzt eine Schleuse zu machen, aber das geht noch nicht, weil wir es noch nicht fertig haben. Okay, dann müssen wir das irgendwann mal hier zusammen basteln. Auf alle Fälle, jetzt muss ich mal schauen, ist die Schleuse eigentlich drüben geöffnet? Ne, ne? Doch. Komm rein. Ja, komm rein, komm rein, ist kein Problem. Ähm, oh wow. Cast Iron für die Sidewall. Ist das ein normaler Sidewall? Ja. Da brauchen wir Cast Iron. Kabel und Necrom Window Fenstermäßig. Will ich aber eigentlich nicht machen, vielleicht eins, aber dann eher auf die andere Seite. Weiß ich noch nicht genau. Sidewall und Windowwall. Das gibt bloß die Sidewall. Also wir brauchen, äh, jetzt muss ich kurz schauen, ist das hier dasselbe? 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Ähm, dann sind das 1, 2, 3, 4, 8, 9, 9, ähm, 9, sind 18, 19, 20, 21, 22 von denen, wow, 22 von denen, 18 von denen und 9 von denen, boah, heftig. Ich mach mal Lampe an hier, damit wir was sehen. Ja, da geht was. Irgendwo. Ähm, ich nehm halt das hier alles mit. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Ich nehm das alles mit. Und jetzt brauche ich, äh, uns fehlt Chromium. Super. Ja, mehr können wir nicht machen. Äh, da, 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 da. Die mach ich mal fertig. Okay, dann hätten wir schon mal das. Dann, hatten wir Cast Iron. War das Cast Iron? Sorry, aber ich hab mir's leider nicht gemerkt. Ich glaub, es war Cast Iron, ne? Ja, da braucht man 18 und 4 sind 22. Ja, müssen wir mal gucken, wie weit man kommen. Toll, 1. Wahnsinn, es ist der Hammer. Ja, gut, ist ne Sonntagsfolge, ne? Da machen wir einen gemütlichen. Was wir nicht haben, haben wir nicht. Äh, Necrom haben, fehlen uns 4. Cast Iron haben wir. Was hab ich jetzt hergestellt? Wieso hab ich denn das hergestellt? Oh, ich wollte doch das hier. Oh, das krieg mal hin. 22 brauchen wir, ne? 20. Das sollte passen. 22, die haben wir auf jeden Fall. Hm. Jetzt muss ich nochmal schauen. Cast Iron Gunmetal war das. Gunmetal brauchten wir 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück, 18 Gunmetal. 18 Gunmetal. Nicht schlecht, nicht schlecht, ne? Ja. Bronze. Bronze. Wow. Hm. Okay. Gut. Ja, hier haben wir wirklich nichts mehr, ne? Habe ich auch nichts oben irgendwo? Ne. Oh, da sind Steine drin. Tue ich mal hier rein. Oh. Ja. Es ist trotzdem ein klein wenig ärgerlich, sage ich trotzdem, so wie es ist. Nun gut. Das war eigentlich für was anderes geplant. Was habe ich denn hier noch drin? Das war eigentlich für was anderes geplant. Hm. Du warst mir das, das, für Chrome. Ja. Okay. Ich nehme mal das als erstes jetzt raus. So. Denn wir haben ja hinten, wie gesagt, hier würde ich dann irgendwann den Landeplatz machen, wo wir vielleicht mit dem Shuttle runterkommen. Na, mit unserem Flugobjekt. Und da ist aber eigentlich auch die Frage, passt hier unser, wir werden es mal ausprobieren, würde ich sagen. Aber, wisst ihr was? Damit das alles ein bisschen schöner aussieht, mache ich mal ein bisschen hell. Das denke ich, kriege ich mal ganz gut hin. Wir haben ja schließlich genug Luft und Zeit und ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Runde schlafen. Dann sehen wir uns gleich um vier wieder. Dann ist es auch wunderbar hell und wir sehen mal was von der Basis bei Nacht. Ein paar Sternenschnuppen. Auch nicht schlecht. Vielleicht sind es auch Sterne, weil sie ja, der Planet sich vielleicht rotiert. Könnte natürlich auch möglich sein. Sind nicht unbedingt Sternenschnuppen. Gut. Und ihr seht, 3.15 Uhr ungefähr wird es schön hell und 4.12 Uhr ist es wunderbar. Aber wie gesagt, irgendwie vergeht die Zeit ja trotzdem ein bisschen anders. Und, äh, ja, dann ist das so. Na. Ähm, natürlich habe ich die ganzen Frames jetzt nicht mit eingeplant in den Bau. Aber ich habe gedacht, wir kriegen es vielleicht so hin. Oh, Wahnsinn. Sag mal, sind denn hier nur diese Tiere da? So, wir schauen mal. Ja. So, und ich muss leider das Werkzeug nehmen. Ich muss das übrigens mal reparieren. Ja, da kriegt man auf alle Fälle hier. Oh nein. Wir sind voll. Oh, wow. Ja, das ist gerade, hm. Ist ein bisschen Überfall. Aber was willst du machen? Ja. Was willst du machen? So, ich würde sagen, wir werfen mal ganz kurz hier was ab. Hm. Schnell sind wir nicht. Aber, das wird schon passen. Ja. Ich hatte, eigentlich hatte ich so viele Ressourcen drin, denn ich habe nämlich auch, äh, drei Hallways in der Planung gehabt. Na, die Ressourcen sind eigentlich übrig, aber das sind wahrscheinlich andere Ressourcen gewesen. Aber dann ist das nun mal so. Auf alle Fälle haben wir jetzt wieder jede Menge Fleisch. Und brauchen zum Essen keine Sorge machen. Wasser haben wir auch keine Probleme. Läuft eigentlich sozusagen. So, ich würde das trotzdem gerne mal hier reintun. So, dann ist das erledigt. Wir nehmen das alles wieder rüber. Und, äh, wir haben es natürlich jetzt schönen Tag hell. Äh, ja, eigentlich wollte ich hier irgendwie runterkommen, aber ich, ihr seht schon, das ist, mh, ja, manchmal ist es nicht so einfach. Na, und durch das Habitatbau haben wir natürlich das auch freigeschaltet. Wir haben sogar Diamanten. Jetzt müsste man mal schauen, wie sich das hier austut. Wenn wir das hier bauen, wenn wir das hier bauen, müssen wir mal ganz kurz schauen. Ähm, oder hier hinten. Das wäre natürlich auch genial, oder? Wenn wir es hier bauen, haben wir da hinten die Landefläche. halte ich jetzt nicht unbedingt für so schlecht. Wir probieren mal, wie sich das hier austut. Der will aber nicht. Du willst nicht, warum willst du nicht? Wo snapst du hier? Aber, ah, komm mal hier hoch. so. Na, ich glaube, das Häusel ist im Weg, ne? Hm, warte mal, geh mal raus. Weißt du was, ich bin ja flexibel. Das ist ja alles kein Ding. Dann setzen wir das hier hinten hin. Wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass die hier hinten nicht hochkommen. Dass da irgendwie die Karte es ihnen untersagt. Und, äh, da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass das auch so ist. Gut, wir bauen das jetzt erstmal, wenn das hier nicht passen sollte, oder uns ein bisschen stören sollte, müssen wir es vielleicht nochmal umrücken. Aber prinzipiell würde ich es jetzt erstmal hier irgendwie setzen. Gelle, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier daneben können wir runterkommen mit unserem Flugobjekt. Das sollte passen. Gut, die, so, können wir hier schon was machen? Können wir? Und ich würde nochmal hier, ähm, in Stärke 2 stecken. Dann können wir nämlich mehr transportieren, ne? Ihr seht, unsere Kilozahl ist gerade wieder ins Positive gerutscht. Das heißt, wir sind gerade wieder aus unserem, aus unserer Schwere raus. Das heißt, wir können auch wieder flitzen. Dürfen jetzt noch nichts aufnehmen. So, wir schauen mal, was kostet denn der Flieger? Duralumin, Magnalium, das ist alles. Talonid 2, das ist alles kein Problem. Vier von diesen Fuel Cells, die können wir in den Buggies finden. Das bohren die immer schön nach. Vier, fünf Kabel. Und die Boards haben wir auch. Die Leiterplatten oder was das sind, das ist also auch kein Problem. Magnalium können wir herstellen. 10 Duralumin. Also den Flieger können wir relativ schnell machen. Und ich vermute mal, wir werden nächste Runde wieder auf Ressourcen gehen. Und am Ende der Runde werden wir auf alle Fälle uns etwas Schönes bauen können. Definitiv. So, ich erst mal hier was. So, und dann trinken wir noch was. Sehr gut. Und dann sind unsere Werte schon wieder super. Irgendwie ist unsere, was ist denn das? Gesundheit. Bisschen angeschlagen, aber das ist kein Problem. Ja, also den kriegen wir auf alle Fälle nächste Runde hin, denke ich. Jetzt müssen wir nochmal schauen, was wir hier für die Wände brauchen. Das ist das, oh, fünf Stück für, ist nicht dein Ernst. Plastik. Plastik, Plastik, das sind also sechs, das sind zwölf Plastik, die hätten wir da. das sind 18, Gummi, das sind, wow, das sind 30, 6AL, 4V, äh, Blei fehlen uns vier, Nikrom bräuchten wir nochmal, ja, also wir brauchen, wir brauchen, Decke müssen wir ja nicht machen, ne? Oder? Ne, das sollte passen. Na gut, dann ist das so. Aber wir könnten das auf alle Fälle machen. Ähm, ja, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich muss die Dinger hier machen, ne? Das bleibt leider nicht aus. Ähm, ja, okay. Gut, dann war es heute eine entspannte Sonntagsrunde. Wir haben, äh, auf alle Fälle diverse Dinge geschafft, ne? Wir haben hier auf alle Fälle was angebaut. Wie sieht's eigentlich hier aus? Cast Iron, das wäre eigentlich auch preiswert. Die Window, die Fensterwände sind preiswerter als das. Mhm. Cast Iron. Hab ich kein Cast Iron? Und keine Kabel? Haben wir keine Kabel mehr? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich schau mal kurz hier rein. Kabel. Zwei Stück. Cast Iron. Cast Iron. Ja. Fernseher und Dusche, Arbeitsplatz, Bett und, ähm, ja, die Ecke hier zum Fernsehen. Oder man könnte hier die Ecke mit Fernsehen machen. Mh, Bett, Arbeitsplatz, Dusche. Vielleicht auch so. Auf alle Fälle fangen wir jetzt mal hier an. Und ich mach mal hier das zu. Hier fehlt uns jetzt die Kabel. Wir können mal noch mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Mh, Gummi bräuchte man. Das müsste ja hier machbar sein, denke ich. Da war's nicht. Schau mal hier mal. Ja. Machen wir mal vier Stück. Und wie gesagt, ihr seht, Ressourcen brauchen wir doch ganz schön, ne? Das ist, und deswegen, äh, schneide ich das auch ein bisschen. Wie gesagt, ich bin jede Folge bis jetzt anderthalb Stunden, das ist die erste Folge, die mal eine Liveaufnahme ist, wo wir mal nichts schneiden, wo wir mal nicht hin und her rennen, irgendwas. Necrom brauche ich zwei. Ähm, und, äh, ja, aber ich kann die 90 Minuten, kann ich natürlich auch zeigen, aber das wird total langweilig für euch, definitiv. Das verspreche ich euch. Weil ich auch mal manchmal ein bisschen was zwischendurch überlege oder mal nachschaue, ne? Einfach mal, ähm, da schaue und dann, äh, oder auch manchmal suche hier eine halbe Stunde was, weil ich es nicht finde. Na, wie das einmal das Chromium, wo wir hier unterwegs waren auf der Karte, ähm, na, das Chromium hier drüben. Na, ich suche das wie ein Verrückter, renne hier oben rum, weil es hier sein sollte, weil er war's hier unten. Das passiert dann halt. Ähm, ja, und dann haben wir es ja irgendwann mal gefunden, weiter südlicher, durch reinen Zufall. Ja, und das sind dann Momente, das ist unspannend, und deswegen tue ich da so, es ist so zwischen, sag ich mal, 80 und manchmal 120 Minuten ist das im Schnitt, deswegen sag ich mal, so 90 Minuten ist so eine Aufnahme, und dann wird das zu was passenden zusammengeschnitten. Es ist alles Wichtige drin, ich lasse nichts aus, aber wenn ich natürlich mal falsch fahre oder sowas, das nehme ich dann raus, und dann ist es einfach das. Und wisst ihr, was wir noch machen zum grönten Abschluss, bevor wir hier aufhören? Wir haben ja hier diese ganzen Sachen, natürlich haben wir hier unsere Missionen erledigt, Voice Logs haben wir nicht, Server Logs ist ganz normal, ne, was wir so gemacht haben in der letzten Zeit, und dann haben wir natürlich hier auch unsere Ressourcen, und ich weiß, ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt hier drauf doppelt klicke, sagt er mir dazu was, ein bisschen was, Härte 85 und 700, also die Dichte ist das wahrscheinlich, 714 Gramm pro Kubikzentimeter, Dichte oder Schwere, Schwere wird es sein, ja, wie auch immer, und das ergibt natürlich dann wahrscheinlich auch das Gewicht beim Tragen, aber wie auch immer, Pflanzen ist natürlich auch was Feines, und wenn man hier vielleicht mal doppelt klickt, dann sieht man nämlich auch, ähm, in z.B. Sternenzeit, ich nenne es einfach mal so, wann wir es entdeckt haben, auf welchem Planeten, äh, wie es aussieht, ne, eine große, buschige Pflanze, ähm, sieht nicht unbedingt giftig aus, ähm, perfekt fürs, Hiding, Verstecken, oder sowas, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, Hiding ist ja auch so wieder so Multivort, kann man für verschiedene Sachen nehmen, ähm, ja, hat bestimmt eine andere Bedeutung als Verstecken, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, für, für Bekleidung oder so, dass das eher für Abdeckung ist, also sprich für Kleidung auf der Haut oder so, vielleicht gemeint ist, aber genau weiß ich es auch nicht, äh, und dann habt ihr natürlich hier, was diese Pflanze, oder was man daraus, äh, äh, aus dieser Pflanze machen kann, ne, erst am Endeffekt hier diese, ähm, mit dem Slashing Tool bekommt man halt das raus, und, äh, dann hat man noch andere Waffen, mit scharfen Waffen kann man die Pflanze wahrscheinlich dann zu dem schneiden, äh, chirurgische Instrumente oder Extracting Tools, wie zum Beispiel diese komische, ich nenne das irgendwie Spitze oder, ähm, keine Ahnung, wie man das genau nennt, das Gerät, ähm, wo haben wir es denn, ähm, Inventar, hier das hier zum Beispiel, was ist denn das? Botany Kit, ich hab noch nie nachgeschaut, was das genau ist, ist auf alle Fälle ein Tool für Extraktionen von Flüssigkeiten aus Pflanzen und Tieren, ne, das nehmt ihr einfach dann in die Hand, äh, genauso wie jetzt hier mein Multi-Werkzeug, und dann geht ihr zu dem Tier oder Pflanze, stecht da rein, zum Beispiel bei Bäumen, bekommt ihr dann diesen gelben Saft raus, ich sag mal diesen Harzsaft, ne, die ist, äh, äh, das sieht man zum Beispiel an der Chemiestation, sollte man, ne, das sieht man in der Chemiestation im Habitat, sieht man das zum Beispiel, ich glaube hier sieht man es nicht, ne, das sieht man nicht, äh, und da könnt ihr das dann, ähm, den gelben Saft da, hier ist es, genau, bei den Adhesiven und diesen Treesap, also den, den Baumsaft oder Baumharz, den könnt ihr dann auch zum Beispiel aus den Bäumen mit diesem Werkzeug hier gewinnen, das ist eine ganz feine Sache, da nehmt ihr noch so ein Glaskanister mit, und dann könnt ihr das da reinfüllen, ne, äh, ich hab zum Beispiel auch rausgefunden, ähm, ich weiß gar nicht, war das jetzt bei den Pilzbäumen, bei dem Fungustrees da hinten, da bekommt ihr dann auch dieses grüne Zeug raus, was ich so verbittert gesucht habe, das hatte ich nämlich noch in den anderen leichten Let's Play ausprobiert, wollte es dann eigentlich kundtun, aber dann hatte ich mich ja hier für das neue Let's Play entschieden, für das härtere, und ich hoffe für eine Sonntagsfolge hat euch das gefallen, bisschen entspannt an der Basis, weit sind wir leider nicht gekommen, ich hätte gedacht, wir kommen ein bisschen weiter, ich habe eigentlich so viele Ressourcen vorbereitet, das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, ich habe das genau abgemessen, was die, die Sache da gefordert hat, für die Habitate, ich hatte sogar die, äh, Hallways mit, inklusive, aber irgendwie, ihr seht, das hat wirklich nicht, wirklich gereicht, und das ist eigentlich ein bisschen schade, mhm, ja, ärgert mich ein bisschen, aber okay, so ist es halt, gut, nächste Folge wird auf alle Fälle wieder so sein, dass wir, äh, wieder aufnehmen, und dann, dementsprechend, die, Zeit dann, wieder einkürzen, es ist einfach effektiver, das macht es aber für mich auch, momentan sehr aufwendig, das muss ich auch sagen, das ganze Projekt, und, ähm, ja, wir müssen halt, schauen, ne, deswegen, kommt auch momentan nichts anderes, weil ich ja versprochen habe, wir holen das jetzt in diesen Zeitraum nach, und, ähm, ja, ich denke auch, dass das in eurem Interesse so ist, wenn wir das so machen, so, ich glaube, den Rest können wir mal hier oben reintun, so, dann haben wir nämlich hier ein paar Ressourcen wieder vorrätig, wir können das noch mit rein tun, das, das und das, und das, ich könnte es natürlich jetzt, alles wieder zu legen, zu schönen Sachen, und dann das nehmen, was wir brauchen, ja, kann man alles machen, aber wisst ihr was, ich würde es eigentlich auch gerne mal probieren, ob, ob wir einbüßen, also, das würde ich gerne noch mal probieren, wir gehen auf Recyceln, und ich nehme mal das hier, oh, ich muss das am Ofen Recyceln, ah, Metallurgie, gehen wir mal auf G, die, aha, aha, schau mal, so, kriegt man es auch wieder raus, ne, kriegt man sogar Bronze raus, was kriegt man aus Bronze, oh, schön, und hier, Stahl zerlegen wir auch mal, brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber was soll der Geiz, Bronze Delight, Iron, schön, einfach, dass wir es mal gesehen haben, na, dass ihr das auch mal gesehen habt, ähm, wie gesagt, das ist eine Aufwertung, müsst ihr halt vorher aufwerten, euren Ofen, bei Upgrades, und dann könnt ihr das auch zerlegen, und ihr braucht natürlich bei den Skills, die dementsprechenden Attribute hier, und für die Barren braucht ihr das hier, ne, Metallurgie, und hier könnt ihr dann, die Komponenten, die ihr unterwegs findet, auch wunderbar zerlegen, wie zum Beispiel, Werkzeugtools, etc., etc., gut, dann soll es das für die Sonntagsfolge gewesen sein, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, und es war, vielleicht einigermaßen trotzdem spannend, auf die ein oder andere Art, oder ihr habt wieder was Neues gelernt, ja, ich lerne hier auch ständig dazu, und, äh, auf alle Fälle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine angenehme Arbeitswoche, kommt gut rein, macht euch keinen Stress, und wie gesagt, bis Ende der nächsten Woche kommt jeden Tag weiterhin Osiris, ähm, ob noch was anderes kommt, ich glaube nicht, wie gesagt, ich bin die ganze nächste Woche arbeiten, bis auf einen Tag, zwölf Stunden täglich, und, äh, allein die Aufnahme sind immer 90 Minuten, dann das Zusammenschneiden, es ist mindestens 30 Minuten, ich betone mindestens, eigentlich ist es, wenn es perfekt wird, eine Stunde, das mag viel klingen, aber wenn ihr sowas macht, und dann wiederholt, und dann vielleicht noch ein Stück wegkattet, es ist wirklich Sisyphus Arbeit, dann wird das einmal gerendert, dann wird das von mir nachvortont, das heißt, die ganzen 30 Minuten werden nochmal abgespielt, ich rede dazu, dann wird es nochmal kurz, die Anfang und Ende geschnitten, dass es passt, und, äh, dann wird nochmal gerendert, und dann wird es hochgeladen, dann braucht YouTube eine Zeit, um das dann umzuwandeln, um zu passen, und zu prüfen, und zu machen, und zu mehren, die verschiedenen Grafikeinstellungen zu treffen, dass die Qualität auch stimmt, das braucht manchmal YouTube für, aus einem unersichtlichen Grund, manchmal bis zu 6, 7, 8 Stunden, warum auch immer, ich weiß nicht, woran es liegt, manchmal sind es 5 Minuten, und manchmal ist genau dasselbe Video, ich verändere nichts an der Grafik, oder irgendwas, brauche es einfach, 2, 3, 4, 5 Stunden, ich weiß es nicht, es ist einfach so, vielleicht ist YouTube da überlastet, oder hat eine andere Priorität, nimmt dann von YouTubern, die halt, sag ich mal, mehr Geld YouTube bringen, zu priorisieren, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber, irgendwann ist es fertig, und irgendwann steht es euch dann zur Verfügung, kann sein, dass es manchmal dann erst um 7, um 8 Uhr abends bereit steht, aber, wie gesagt, es kommt mindestens täglich ein, ähm, Video, und das ist, ja, das ist ja das, worauf es ankommt, gut, also, schönen Sonntag noch, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, ja, mein Geräte war jetzt nicht zu langweilig, und wir sehen uns dann morgen, in der nächsten Folge wieder, macht's gut, ciao, ciao, und auf bald.